Da hat der Papa ein Stück von seinem Brot abgegeben. Und das dicke Schatzi... ...sehr verfressen. Er hat schon versucht, das Ding wegzuflegen, hat er mit den Flügel geschlagen und das nicht fortgekriegt. So doof, wie blöd ist das? Kann man nur so doof sein. Kann man nur so bescheuert sein, das ist Schatz.